Und damit herzlich willkommen zurück zum FIFA 16 Karrieremodus mit dem MSV Duisburg. Wir sind immer noch in der, ja quasi Saisonvorbereitung für die neue Saison, für unsere zweite Erstligasaison. Und ich habe gegen Ende der letzten Episode nochmal eine Frage gestellt, welchen Spieler wir uns holen sollen. Wir haben ja schon zwei Neuverpflichtungen sicher. Das ist zum einen Lukas Klostermann von RB Leipzig und zum anderen ist das Yilouan Hamad von der TSG Hoffenheim. Also wir haben die beiden hier jeweils ein 71er Rating. Die können wir später mal in die Mannschaft mit reinbringen. Denn es gibt noch einen anderen Transfer, den wir gerne machen würden, den ich auch für sehr sinnvoll halte. Denn es gab den Vorschlag dann doch mal nach diesem Tanaka sich genauer zu erkundigen. Wir schauen uns den nochmal gemeinsam an. Macht auch Sinn, da wir einen Stürmer abgegeben haben. Junia Tanaka, 74er Rating, ist 30 Jahre alt schon. Deswegen vielleicht ein bisschen günstiger zu bekommen. Wir machen mal eine Anfrage. Und ja, wir müssten eigentlich noch Geld bekommen, weil wir ja Johann Boli abgegeben haben. Mal schauen, was die da noch so geben. Beziehungsweise wie viel dann auf unser wirkliches Konto kommt. Also da sind ziemlich viele grüne Stats dabei. Das sieht alles ziemlich gut aus. Und ich glaube, mit dem könnten wir einen richtig guten Stürmer bekommen. Also das macht einfach Sinn. Wir haben hier zwar nur 2,3 Millionen, aber das wird sich noch erhöhen, da wir ja Boli verkauft haben. Und das Geld noch nicht bekommen haben dafür. Deswegen simulieren wir jetzt noch ein Stück weiter. Ich weiß nicht, ob das noch was wird vor dem Bundesliga-Start gegen die Hertha. Das Spiel geben wir heute auf jeden Fall an. Es ist nur die Frage, ob wir das noch schaffen vorher. Ich glaube eher nicht. Kommt doch an, wie schnell die jetzt sind. 4,1 Millionen wollen sie haben. Das lassen wir mal drin. Erstmal trainieren. Und dann wollen wir uns auch mal gleich um die Aufstellung kümmern. Vincenzo Grifo wollte ich schon sagen. Nein, ich weiß gar nicht mehr genau den Vornamen. Auf jeden Fall Grifo erreicht eine 60. Einer unserer Jugendspieler. So. Dann müssen wir eigentlich weiter simulieren. Wir haben unser Geld noch nicht bekommen. Wir können noch kein Angebot machen, weil das lohnt nicht. Deswegen machen wir das vielleicht erst nach dem Spiel. So, Spieler verkauft. Jetzt haben wir das Geld bekommen. Moment, stopp. So. Also. Geld bekommen. 1,3 Millionen. Aufgestockt. Die Freiburger holen sich Johann Boli. Das ist unwichtig. Pressekonferenz können wir noch machen. Gegen die Hertha geht es ja im Heimspiel. Immerhin das erste Spiel im Heimspiel. Und wir loben mal unsere Mannschaft. So. Jetzt können wir auch. Hätte ich gleich da machen können. So. Jetzt können wir gleich auch ein Angebot machen. 4,1 Millionen werden wir natürlich nicht bieten. Das ist ja völlig klar. Aber wir bieten so 2,8 vielleicht. 2,8 Millionen. Oder weniger. 2,5. Wir haben ja noch Zeit. Wir sind ja jetzt nicht so in der Phase, wo wir uns jetzt beeilen müssen. Weil das, was wir dann möglicherweise danach noch übrig haben, könnten wir für Transfers, äh, Quatsch, Transfers, für Vertragsverlängerung und so weiter benutzen. Das ist ja auch nicht so schlecht. So. Dauert nicht mehr lange, dann ist das erste Spiel. Das wird nichts mehr vor dem Spiel. Inakzeptabel. 4,1 Millionen wollen sie haben. Kommen uns da also bisher noch nicht entgegen. Aber wir können denen ja ein bisschen entgegenkommen. Wir sagen 2,9 Millionen Euro. Das wäre dann, glaube ich, unser teuerster Transfer. Oder? Ich muss mal kurz gucken, was wir für Lukas Klostermann bezahlt haben. Ich glaube, das könnte sogar gleich sein. Das möchte ich jetzt mal kurz nachschauen. Weil ich nehme das jetzt hier nicht am Stück auf, verständlicherweise. Transfer Verhandlungen. Erfolgreich haben wir einmal hier, ähm, eine Million für Hamad. Und 2,9 Millionen für Lukas Klostermann. Ja. Also 2,9 Millionen ist bisher unser Top-Transfer. So. Einen Tag simulieren wir noch vor. Da wird nichts Spannendes mehr passieren. Ein Vorschlags-Trainer. So. Äh, Kevin Stöger wollte reden. Vom bevorstehenden Match hängt in dieser Saison wirklich viel für uns ab. Im Moment bin ich richtig gut drauf. Und ich bin mir sicher, dass ich die Position von Ngin in dieser Partie sehr viel besser ausfüllen könnte als er. Ja, bleib mal ruhig. Das kriegen wir schon alles hin. Normalerweise ist der Kollege Stöger ja auch gesetzt. Das war jetzt nur für die Vorbereitung. Für die, die vielleicht neu dazugekommen sind hier, könnt ihr euch gerne mal unseren Kader anschauen. Der ist etwas verändert im Vergleich zum Beginn. Also wir haben uns Stöger geholt. Wir haben uns Marian Saar geholt. Ähm, Yannick Haberer ist zum Beispiel zum Verein geschlossen. Gianluca Gaudino ist dabei. Auf der Bank auch noch einige andere. Marimon Himmelmann ist zum Beispiel dabei. Und die angesprochenen Hamad und Klostermann sind auch da. Das heißt, wir haben nur vier Reserve-Spieler. Was überhaupt kein Problem ist, weil wir ja nicht in drei Wettbewerben vertreten sind, sondern nur in zwei. So, Klostermann erstmal auf die Bank. Hamad würde ich sagen, wird spielen für Nico Klotz, der nicht mitfährt. Oder ja, quasi mitfährt. Also wir sind ja immer noch in Duisburg, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ähm, Meissner mit Saar tauschen. Also wir werden jetzt mal das Bestmögliche aufstellen. Vielleicht werden wir Wolze mal irgendwann tauschen mit Klostermann. Der auch auf der Linksverteidiger-Position spielen kann. Steht hier nicht drin, aber wie gesagt, habe ich nachgelesen, kann er auch spielen. Chanturia leider immer noch verletzt, aber das dauert nicht so lange, also nicht so schlimm. Ähm, und ich würde sagen, wir beginnen das Ganze auch mal mit Victor Obina im Sturm. Das wurde sich auch gewünscht, dass der mal ein bisschen mehr spielt. Und da wir jetzt nur noch zwei Stürmer haben, sehe ich da kein Problem. Kann durchaus mal gemacht werden. Allerdings ist der Scheidauer immer noch einer der Besten im Kader. Und deswegen wird der auch sicherlich seine Einsatzzeiten bekommen. Wir schauen noch mal kurz auf die Tabelle. Achso, es ist ja schon, nur noch die Sonntagsspiele sind zu spielen. Ja, elfter Platz im Moment. Mal gucken, wo wir nach dem Spiel stehen. Gegen die Hertha. Ich weiß nicht mehr, wie die Spiele in der letzten Saison ausgingen. Das Rote wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, also die anderen sind alle nicht so passend. Die Hertha zieht man das rote Trikot an. Schauer muss ja jetzt echt nicht sein. Also wollen wir mal ein bisschen schöneres Wetter zum Saisonauftakt haben hier. So, die Aufstellung ist ganz gut. Kevin Stöck hat schon eine 73 und Marian Saar hat schon eine 74. Also wir fangen das Spiel mal an. Heimo Wasserschneider ist der Schiedsrichter. Und wir werden sehen, wo wir schon stehen. Unser Kader ist noch nicht ganz komplett. Also es fehlt dann noch der eine Spieler, dieser Tanaka. Den würde ich gerne noch nach Duisburg holen. Es ist nur die Frage, wie bereit ist der Champions League Sieger Sporting Lissabon? Ja, das ist tatsächlich so. Der Champions League Sieger Sporting Lissabon. Wie bereit sind sie da noch ein bisschen runter zu gehen mit dem Preis? Und die Frage ist, wie viel möchte der Kollege verdienen? Das ist nämlich auch eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Denn wir haben nicht so viel Geld zur Verfügung. Das waren insgesamt 5 Millionen Startbudget, die wir diese Saison hatten. Haben wir noch ein bisschen durch das Turnier, das Vorbereitungsturnier dazubekommen. Aber das ist natürlich nicht viel. Da müssen wir natürlich genau schauen, wie viel Geld wir für jeden Spieler ausgeben. Und ich glaube, mit den bisherigen Transfers Lukas Klostermann und Jedovan Hart haben wir gute Transfers getätigt. Und deswegen schauen wir uns unsere Aufstellung auch nochmal an. Jedovan Hamad mit seinem Pflichtspieldebüt für den MSV Duisburg. Und ansonsten spielt, glaube ich, das beste Team, was der MSV-Moment hier aufzubieten hat, vielleicht noch Scheidauer. Aber ich glaube, die beiden tun sich da nicht viel. Das ist wirklich eine Frage der Form. Also letzte Saison haben wir ein bisschen mehr Scheidauer spielen lassen, weil er einfach mehr Tore geschossen hat. Und das ist die Aufstellung der Hertha. Hat sich auch nicht so viel verändert, muss man ehrlich sagen. Also da ist unsere Mannschaft schon stark verändert gegen. Also ich wollte bewusst auch letzte Saison nicht so viel verändern, weil die Aufstiegsmannschaft doch eher auch in der Bundesliga sich beweisen sollte. Aber jetzt, mittlerweile, wenn man das mal mit der Anfangsmannschaft vergleicht, die wir hatten, ist schon, glaube ich, eine große Änderung da. Aber es ist ja auch völlig normal. So, Viktor Obina ist bereit. Und dann können wir, glaube ich, auch anfangen. Jo, so ist es jetzt soweit. Erste Halbzeit der neuen Saison. Hertha zu Gast in Duisburg, dem nicht mehr Aufsteiger. Wir sind ja jetzt glücklicherweise schon zum zweiten Mal in der Bundesliga dabei. Gaudino. Obina, Obina mit der Riesenchance direkt nach drei Minuten. Für Duisburg. Ja, Handspiel war das natürlich nicht von Brooks. Obwohl. Naja, also vielleicht schon. Obina mit der Ecke. Das müssen wir aber wohl auch nochmal ändern. Oh, die Ecke war nicht so toll. Aber immerhin bleiben wir am Ball. Hamad. Oh, da liegt ein Berliner Spieler am Boden. Valentin Stocker dürfte das sein. Habe ich nicht gesehen. Und da muss sofort gewechselt werden. Schade für Valentin Stocker. Fünf Minuten sind vorbei. Und schon muss er ausgewechselt werden. Wladimir Darida kommt in die Partie. Hoffentlich geben sie uns jetzt wenigstens den Ball wieder. Jo. Also guter Beginn für uns. Die erste Chance hatten auf jeden Fall schon mal wir. Fälscher. Fälscher, das macht dann nicht so gut. Der Ball bleibt da am Gegner hängen. Aber er geht nicht nach. Marian Saar. Der hat letzte Saison gut gespielt. Hat sich dann verletzt. Und da ist Ratajczak. Aber ich glaube, das war abseits genau. Schielber dürfte es gewesen sein. Ja, eindeutig. Obwohl hier unten stand auch noch ein Verteidiger von uns. Also so eindeutig war es doch nicht. Aber gut, dass der Schiedsrichter das gesehen hat. Es war nicht ganz ungefährlich. Aber Ratajczak war ja da. Holland. Mit Obina. Ah, schade. Der Pass war gar nicht mal so schlecht eigentlich. Obina. Ah, die Ballannahme. Die hat nicht ganz gepasst. Und so war der Ball dann relativ schnell weg. Pekarek. Und die Frage ist natürlich, was setzen wir uns für ein Saisonziel für diese Saison. Ich glaube nicht, dass ich jetzt so einfach mit einem 15. Platz wieder zufrieden wäre. Das ist natürlich für die erste Saison ganz schön. Und es war auch spannend bis zum Ende hin. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Aber es dürfte doch jetzt gerne ein bisschen mehr sein. Und hier seht ihr es nochmal. Neymar wechselt zum FC Bayern. 94 Millionen. Wir haben letzte Saison beide Spiele gegen den FC Bayern verloren. Und durch diesen Transfer glaube ich nicht, dass unsere Chancen steigen. Fälscher. Hamad. Der die Rücknummer 22 übrigens hat. Wie gesagt, irgendwelche Vorschläge können ich gerne dann mal ändern. Ansonsten ist es auch glaube ich nicht wichtig. 22 ist ja jetzt nicht so schlecht. Wo bin er? Holland. Und er ist noch drin. Der ist ja noch im Feld drin. Ich dachte, er wäre jetzt zur Ecke raus. Schielbrett. Aber wir spielen offensiv ganz gut. Wer letzte Saison ein bisschen mit dabei war, der hat ja durchaus gesehen, dass wir ja quasi gegen Ende der Saison auch offensiv immer schwächer wurden. Auch die Defensive nicht mehr so stabil stand. Da gab es zum Beispiel auch mal eine 3 zu 0 Niederlage hier im Stadion gegen den VfL Wolfsburg. Danach direkt eine 3 zu 0 Klatsche in Gladbach. Wolfsburg führt 2 zu 0 gegen Bochum den Aufsteiger. Na jetzt spielt die Hertha hier ein bisschen mehr auf Ballbesitz. Bringt den aber nicht viel, weil wir sind wieder am Ball. Oh, Hamad kommt doch noch dran. Ich dachte, das wird nichts mehr. Komm schon, Hamad kann den noch kriegen und er holt den sich noch. Ja, dann stimmt der Pass nicht. Bekarik. Ja, wir können die Hertha da ganz gut unter Druck setzen, aber dann wird es eng. Dann wird es da hinten ganz schön eng. Oh, nee, jetzt gibt der Schiedsrichter auch noch Handspiel. Also, die Hertha ist da hinten ganz schön im Bedrängnis. Und unser erstes Auswärtsspiel gegen Hoffenheim. Am nächsten Spieltag dann verständlicherweise auch erst im nächsten Part. Haberer. Aber erstmal sind wir hier in diesem Spiel und wir wollen natürlich hier 3 Punkte holen zum Auftakt. Was wir ja letzte Saison nicht geschafft haben, sind mit 4 Niederlagen in Folge gestartet. Hatten auch den Heimspielauftakt, aber hat uns damals nicht so viel gebracht. So, Gaudino jetzt hinterher. Na, das war schon gar nicht mal so ungefährlich. Hamad ist da sehr aktiv auf der rechten Seite. Fälscher. Fälscher. Verliert den Ball. Und jetzt Schielbrett. Habra geht dran und Bekarik kann sich da gerade noch befreien. Und den haben wir jetzt aber. Bomheuer. Unser Innenverteidiger mit der Balleroberung. Holland. Robina. Wird da irgendwie gefoult. Ich hab's nicht genau gesehen. Und jetzt gibt's dann vielleicht mal die Chance per Freistoß hier was zu machen. Robina nimmt sich den Ball. Ich weiß nicht, ob er wirklich tatsächlich der beste Freistoßschütze ist. Mal schauen, was wir da so haben. Ja, Robina hat da gar nicht mal so schlechte Werte. Der ist, glaube ich, der beste. Dann nehmen wir auf jeden Fall Robina. Den werde ich mal versuchen, da irgendwie gewaltsam ins Eck zu schießen. Hat nicht ganz funktioniert. Ich glaube, wir haben irgendwie erst ein oder zwei Freistoßtore in der ganzen Karriere bisher geschossen. Also, wenn's irgendwo noch Bedarf zum Üben gibt, dann glaube ich da. Allerdings wird das ja sowieso im neuen FIFA ganz anders sein. Weil die Standards ja alle überarbeitet wurden. Meine ich jedenfalls. Ob das jetzt beim Freistoß auch genauso ist, weiß ich nicht genau. Ich hab's ja selber noch nicht gespielt, außer die Demo. So, Halbzeit. Hier in Duisburg 0-0. Können wir eigentlich, ja, können wir zufrieden sein? Also, ich glaube, dass die Hertha etwas glücklicher darüber ist, dass es noch 0-0 steht. Wir hatten die größere Chance. Und zwar nach drei Minuten direkt. Wolfsburg gewinnt, äh, Quatsch, gewinnt. Steht zur Halbzeit 2-0 gegen Bochum. Wir bleiben erstmal so. Ich schau mal nochmal kurz die Statistik an. 57% Ballbesitz für die Hertha. Aber wir hatten deutlich mehr Zug zum Tor. Das kennen wir ja von letzter Saison. Also, die Spielart muss sich nicht prinzipiell verändern. Wir sollten nur erfolgreicher spielen als letzte Saison. Wenn die Gegner 60% Ballbesitz haben wollen, dann sollen sie es gerne haben. Solange wir ein Tor mehr schießen, stört mich das überhaupt nicht. Zumal sowieso alle Gegner hier im Karrieremodus auch Ballbesitz spielen. Was ist denn das für ein Fehler von Ratajczak? Den muss er haben. Das ist der ebenfalls der erste Eindruck, den ich hier habe. Den muss Ratajczak einfach haben. Klar, einfacher Ballverlust, aber dann. Was ist denn das bitte? Patzer von Ratajczak. Also, den muss er so einfach aufnehmen. Da steht er viel zu weit vorm Kasten. Und das sieht dann ziemlich lächerlich aus, wie der Ball da einfach reingeht. Viel zu einfaches Tor. Julian Schieber 49. Minute. 1 zu 0 für die Hertha. Und da ist gleich die Chance. Auf der anderen Seite Pfosten. James Holland. An den Pfosten. Ich stelle mal auf Offensiv. Da wäre sie da gewesen. Die Möglichkeit zum Ausgleich. Direkt die Antwort auf diese Hertha. Auf die Führung der Hertha. Romheuer muss jetzt quasi den Rechtsverteidiger machen. Und Marjan Saar ist in der Mitte ganz sicher. Gaudino. Außen natürlich mit Hamad. Und Gaudino jetzt vielleicht. Vielleicht werden wir auch gleich mal auswechseln. Zum Beispiel Kevin Scheidauer bringen. Durchaus eine Option. Der ist noch drin. Julian Schieber deutlich drin. Gehen wir gut dazwischen und holen uns den Ball. Also wir sind ja hier nicht wirklich schlechter als die Hertha. Aber wir liegen halt hinten. Gaudino. Medhavara. Schade. Verlieren wir dann den Ball. Fälscher. Ah, da muss Hamad sich ein bisschen mehr behaupten am Ball. Plattenhardt. Bin hat Tira gegen Romheuer. Und das ist ein Foul. Okay, das nutzen wir mal, um auszuwechseln. Oh, bin da Scheidauer. Was können wir noch machen? Vielleicht wolltest du mal mit Klostermann. Dass wir den Jungen mal reinbringen. Und vielleicht bringen wir auch mal. Ja, für rechts haben wir ja eigentlich keinen. Deswegen bringen wir mal, glaube ich. Zlatko Janic. Für Janik Habera. Auch die Hertha wechselt aus. So, bei uns können gleich drei Spieler runter. Und jetzt gibt es den Freistoß für die Hertha. So. Jetzt gibt es vielleicht sogar schon die erste Chance. Gaudino wird da sogar ein bisschen gehalten, finde ich. Also durchaus schon abzupfeifen. Und jetzt Janic. Ah, kommt da noch ein Fuß dazwischen von der Hertha. Schielbrett. Schieber. Ja, ungefährlich. So, ich werde jetzt gleich mal auf sehr offensiv stellen. Ist, glaube ich, an der Zeit, ein bisschen mehr zu riskieren. Und Rolf Felscher. Einer der wenigen, die seit Beginn an mit im Kader sind. Gaudino. Janic. Mit Stöger. Das klappt einfach nicht. Können wir ihn noch unter Druck setzen, irgendwie? Ah, die wissen nicht ganz, wohin mit dem Ball. Aber spielen es doch relativ souverän dann raus. Janic hinterher. Und jetzt Darida. Sollten wir tatsächlich durch dieses unglückliche Tor verlieren. Gaudino. Stöger. Das gibt es doch nicht. Nochmal Gaudino. Mit dem Fehlpass. Ich stelle auf totalen Angriff. Klostermann hat den noch. Der ist sogar noch drin. Und es gibt nochmal einen Einbruch für uns. Auswechslung Schieber geht raus. Hat sein Tor gemacht. Zu einfacher Ballfluss. Aber immerhin kriegen wir nochmal den Einwurf. So, Klostermann. Rück an hier. Und das ist nochmal ein Foul. Und das ist nochmal ein Foul. Aber vielleicht kann Kevin Stöger was draus machen. Das wäre ein extrem schöner Zeitpunkt für den Ausgleich. Und irgendwie ja auch verdient. Also Hertha hat nicht viele Chancen gehabt in dieser Partie. Und ist nur durch diesen Fehler von Ratajczak in Führung gekommen. Direkt draufziehen oder Kurzpass machen. Das ist glaube ich die Frage. Ich probiere mal was aus. Hat nicht funktioniert. Gibt noch nicht mal eine Ecke. War auch nicht die richtige Anspielstation. Das war glaube ich Meissner. Also unser Innenverteidiger. Einwurf für Hertha. Zwei Minuten gibt es Nachspielzeit. Pekarik. Ginczek. Kann sich da durchsetzen. Und will gar nicht mehr in Richtung Tor. Aber was mache ich denn da? Und das da. Das muss jetzt gewesen sein. Ja, das war's. Also wir verlieren das Spiel mit 1 zu 0. Und ich möchte mal sagen, Ratajczak hat hier einen sehr sehr großen Anteil daran, dass wir das Spiel verlieren. Das darf nun mal nicht passieren. Also das ist man nicht von Ratajczak gewohnt, dass er solche Fehler macht. Denn das war wirklich ein ganz kurioses Tor. Und die Chancen hatten wir ja, um auch mal gefährlich zu werden. Aber gut, wir verlieren das Spiel. Wolfsburg gewinnt 4 zu 0 gegen Bochum. Also letzter sind wir schon mal nicht. Das ist eine Niederlage. Das wird nicht die letzte gewesen sein. So, Stöger bedankt sich. Wir trainieren nochmal. Und dann simulieren wir noch bis zum nächsten Spiel vor. Und schauen mal, ob da noch was Transfertechnisches jetzt noch passiert. Und wenn nicht, dann kann es sein, dass es im nächsten Part der Fall ist. Spätestens aber, glaube ich, vor dem dritten oder vierten, ich weiß gar nicht, Spiel. Irgendwann ist ja dann der Transfermarkt geschlossen. Abgelehnt. So, erstmal Pressekonferenz. Pass auf, wir werden mal was über Ratajczak sagen. Den müssen wir mal motivieren. So, und die haben das Transferangebot abgelehnt. Der hat einen Marktwert von 3,2 Millionen. Soll heißen, bieten wir 3,2 Millionen. 3 Millionen. 3 Millionen wäre unser teuerster Transfer. Aber der ist schon echt nicht schlecht. Also, wenn wir uns mal die genauen Werte bei jedem Spieler anschauen. Dann haben wir da schon einen echt guten. Wenn wir ihn kriegen. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt noch was wird. Aber jetzt immerhin nehmen sie das an. Also, damit können wir ja arbeiten. So, und dann werden wir auch gleich mal ein Angebot für ihn machen. Noch in diesem Part. Oh, da müssen wir noch ein bisschen was rumschieben. Obwohl, das müsste eigentlich auch so funktionieren. Ein wichtiger Stammspieler. Ja, es soll automatisch angepasst werden. 35.000, das wäre auch unser bestbezahlter Spieler. Nur mal so als Info. Der Spieler führt auch Gespräche mit Sporting Gijon. Aber das ist ja völlig unwichtig. Weil Sporting hat unser Angebot ja schon angenommen. Das heißt, wäre ja Quatsch, wenn wir jetzt nochmal ein höheres abgeben. Sie haben ja schon angenommen. Das heißt, wenn wir uns jetzt rechtzeitig mit dem Spieler einigen, dann kommt er zu uns. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Aber dann liegt das sicherlich nicht an der Ablösesumme. So, nochmal einen kurzen Blick auf die Tabelle. Wir spielen im nächsten Spiel gegen Hoffenheim. Die haben 2 zu 0 gewonnen. Wir stehen im Moment auf das 15. Das kennen wir ja ganz gut. Da waren wir letzte Saison auch. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Auch ein Abo würde ich mich sehr überfreuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge gegen die TSG Hoffenheim und vielleicht mit dem Transfer von Tanaka. Also bis dann. Ciao. Bis dann.